Ich liebe am Automatiker fachrichtige Industrie 4.0, dass man immer neue Technologien kennenlernen muss, dass immer etwas Neues entwickelt wird. Ich liebe an meinem Beruf vor allem die Vielseitigkeit, die vielen verschiedenen Bereiche der Technik, die ich kennenlernen darf. Aufgrund der Vielfalt des Berufs des Automatikers ist es natürlich so, dass man jeden Tag einen anderen Ablauf hat und jeden Tag etwas anderes machen darf. Das kann zum einen sein, eine Anlage zu verdrehen, eine Anlage zu entwickeln. Die Technik hat mich schon immer fasziniert und so nahe ich immer an dieser Technik dran sein, mit so vielen verschiedenen Geräten, das ist für mich faszinierend. Ich bleibe nie stehen, es kommen immer jeden Tag neue Technologien, wo man sich darin arbeiten kann. Drei wichtige Eigenschaften für einen Automatiker sind die Teamfähigkeit. Logisches Denken. Und Kommunikationsfähigkeit. Mein Name ist Silvan Mitmer. Ich bin Jonas Ruff. Ich betrete die Schweiz an der Oros bis 2021 in Gras. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020